So Leute, Lemmy soll es an den Kragen gehen. Und es wird Lemmy an den Kragen gehen. Und ich bin eigentlich so doof, wieso benutze ich hier nicht die Makro-Tasten für Safe-Selden und mache hier immer alles über das Menü oben. Wie gesagt Leute, ich bin vor nicht allzu langer Zeit erst aufgestanden und deshalb... ...verlangt noch nicht so viel von mir. Ah! Plöder! Ich sag's nicht. So. ...schnell mal ein... ...Safe-State gesetzt. Weil wir haben ja eh nur noch ein Leben und... ...ja. ...schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich nicht! ...und... ...wieder weiter geht's. Okay, äh... ...Notiz an mich selbst. Da hinten nicht sofort durchrennen. Das ist kein Speedrun hier. ...hep... 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 ...und zack! Nein, ich werde jetzt hier nicht wieder durchrennen. Halt, klappe, Knochen-Trocken. Da streite ich mich jetzt lieber eine Runde mit dem Knochen-Trocken und lass mich treffen. Hallo? Rein da! Ich finde dieses Level herrlich. Ihr auch? Blup. Tschüss, Knochen trocken. Oh nein! Mann! Tief durchatmen. Tief durchatmen, Ben. Denk an deinem Blutdruck. Tief durchatmen. Mal sehen, wie die viele Parts dieser Kack hier dauern wird. Und wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt ein Save-State. Tschüss. Nun mache ich hier mal hin. Mann. So, zack. Später hoch. So. So. Save-State. Ja, komm. Ach du Scheiße. Hu. Ha, ha, ha. Tschuldigung. Der war knapp. Oh, ne Väter, ne Väter, ne Väter. Hep. Hep. Oh, ey, wie lang ist denn der Kack hier noch? Oh, du. Dreckvieh. Mann. Ja, komm. Das ist in Ordnung. Ach, mal dieses Gewachte, ey. Da geht wieder eine Heidenzeit drauf, ey. Oh, verdammt. Es fällt mir voll der... Mein Gamepad vom Tisch. Nur weil ich eine Save-State setzen will. Wee. Weil zum Save-State muss ich ja zwei Tasten drücken. Zum Laden des Save-States brauch ich nur eine drücken, ey. Das ist so schlau. Warum kann ich für Save-State nicht auch nur eine Taste benutzen? Nein, müssen sie zwei draus machen. Damit ich auch bloß immer mein Gamepad aus der Hand gebe. Hau ab. Hau ab. Oh, Leute. Geil. Moment. Save-State. Ach, juck die Nase, Leute. So, jetzt. Ah, der Kack-Gegner. Na klar. Lassen wir uns erstmal treffen. Und nochmal getroffen. Super. Und abgestürzt. Ich freu mich. Wo bist du? Da bist du. Und Dreckfeuer, ey. Oh, Mann. Gibt's doch nicht. Tschüss. Meine Güte. Also. Die Festung war echt eine schwere Geburt, Leute. Ja, komm. Hör mal das Ding weg, Mario. Mario und Luigi trümpfierten über den lächerlichen Lemmy Cooper an Festung Nummer 3. Ihr Abenteuer wird immer schwieriger. Hast du schon den roten und den grünen Schalter gefunden? Nein, hab ich nicht. Los, speichern. Ja, der gelbe und der grüne Schalter. Wie, hallo? Wie komme ich jetzt? Äh, hä? Gibt's mich rollen oder so? Jetzt so. Geht doch. So. Diese zwei Minuten werde ich noch ausnutzen, um versuchen, den Schlüssel hier zu kriegen. Blub. 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 Das war jetzt sehr schlecht von mir. Ja. Das gibt's mir ein schönes. Kann ich sehr gut gebrauchen. Hm. Okay. Tö, 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 tö. Ach, hier kommt mehr. Mit dem Panzer-Dorsch. Wenn man auch kein Yoshi hat. Ah, verdammt. Zu früh gesprungen. Hep. Oh. Noch ein Pilz. Hm. Ich glaube, wir müssen jetzt hier... Nee. Bringt ja ein... Überhaupt nichts. Na gut, Leute. Ich kann mir schon denken, wie ich das machen muss. Hm. Gut. Ähm. Ich werde hier jetzt erst mal den Part beenden. Und... Im nächsten Part werden wir dann... Weiter versuchen, den Schlüssel hier noch zu kriegen. Weil den will ich noch unbedingt haben. Also gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.